Wer an die Oper denkt, stellt sich meist einen Ort vor, den vorwiegende Erwachsene besuchen. Doch an der Oper Leipzig gibt es auch sehr viele Angebote für Kinder und Jugendliche. 2012 rief Intendant und Generalmusikdirektor Professor Ulf Schirmer dafür eigens eine Abteilung ins Leben, die Education. Deren Arbeit umfasst dabei mehrere Bereiche. Das ist zum einen die Arbeit der Theaterpädagogen. Die Theaterpädagogen erreichen ca. 600 Schulen in und um Leipzig. Und zum anderen natürlich auch die Arbeit des Kinder- und Jugendchors. Da sind Kinder von 4 bis 30 Jahren, die ausgebildet werden in den unterschiedlichsten Disziplinen, also nicht nur im Gesang, sondern auch im Tanz, im szenischen Unterricht. Und die in den Produktionen beteiligt sind, aber auch eigene Produktionen entwickeln. Eine dieser eigenen Produktionen sind Konzerte des Kinderchores. Bereits im November traten die Kinder in Paris auf. Und am 20. März dürfen sich die Zuschauer auf ein tolles Konzert in der Oper Leipzig freuen. Unterstützt werden sie dabei von ganz besonderen Gästen, einem Jugendorchester aus Istanbul. Für Kinder, die bereits während der Schulferien in die Oper wollen, steht ebenfalls etwas Tolles auf dem Spielplan. Heidi Zippel ist eine der beiden Theaterpädagoginnen der Oper Leipzig. Sie startete vor vielen Jahren ein Projekt, bei dem Kinder nicht einfach nur Zuschauer sind, sondern Teil des Geschehens, die Oper zum Mitmachen. Dahinter verbirgt sich der Versuch, Kinder im Alter zwischen 6 und 10 Jahren und ihre Eltern oder Großeltern gemeinsam auf eine Probebühne zu bekommen und sie dazu zu bringen, dass sie auch gemeinsam Theater spielen, also etwas ausprobieren, sich mit Kostümen, mit Masken, mit Requisiten in eine kleine Geschichte hineinträumen. Doch vorher steht noch etwas ganz Besonderes auf dem Programm. Ein Blick hinter die Kulissen. Vorbei an dem acht Meter hohen Fahrstuhl, mit dem die riesigen Bühnenbilder vom Erdgeschoss zur Bühne transportiert werden, bis hin zum hauseigenen Museum im Keller des Opernhauses. Hier findet man viele interessante Requisiten vergangener Produktionen aus über 20 Jahren. Das sind ja alles Kinder, die sich überhaupt nicht kennen. Wenn nicht gerade Geschwisterkinder dabei sind, aber in der Regel kennen sich diese Kinder nicht. Und auch die Eltern sind doch erst mal ein bisschen unsicher. Sie erfahren, wir dürfen hier mitmachen und es ist Bastelzeug zu sehen. Also sie haben auch handwerklich ein bisschen was zu tun. Und dieser kleine Hausrundgang ist nicht nur so ein spannender Blick hinter die Kulissen, sondern das baut auch so ein paar Berührungsängste ab. Man kommt sich ein bisschen näher, man geht zusammen durchs Haus, man kommt schon mal ins Gespräch und dann, so sagt die Erfahrung, ist es, wenn wir hier an der Probebühne wieder ankommen, ganz einfach miteinander anzufangen, Theater zu spielen. Heidi Zippel ist der Überzeugung, dass jedes Kind Theater spielen kann. Die Probebühne bietet dafür einen geeigneten Ort. Sie ist nicht so groß und einschüchternd wie die Hauptbühne, vermittelt aber dennoch einen idealen Einblick in die Theaterarbeit. In kleinen Szenen spielen die Kinder verschiedene Situationen an. Die Eltern werden dabei natürlich mit einbezogen. Krönender Abschluss ist das Schminken und Verkleiden. Jeder darf sich ein passendes Kostüm aussuchen und einmal Prinzessin oder Edelmann sein. Die Eltern helfen dabei tatkräftig mit und nutzen diese Möglichkeit, um ein paar ganz besondere Schnappschüsse für das Familienalbum zu machen. Die anfängliche Scheu ist verflogen und beim Finale macht dann wirklich jeder mit. Es macht mir ganz großen Spaß, weil ich eben immer wieder erlebe, dass Eltern, die aus dem Alltag kommen, die sich oftmals auch diese zwei oder drei Stunden sehr mühsam organisiert haben, um mit den Kindern gemeinsam die Zeit zu verbringen, dass sie dann nach anfänglichen kleinen Ängsten, dass sie dann ganz schnell mit den Kindern gemeinsam in diese Theaterwelt hineingeraten. und das Ergebnis ist dann in der Regel, dass wir wirklich einen unvergleichlich schönen Nachmittag zusammen haben, weil eben dieses Miteinander, ich hänge sehr an diesem Miteinander von Eltern und Großeltern und Kindern und eben auch etwas zu tun, was handwerklich ist, was körperlich ist, was mit Stimme, mit Spiel zu tun hat. Also einmal nicht sich hinzusetzen und sich etwas, irgendwas zu genießen, sondern sich selber so einen Nachmittag zu gestalten. Wer sich selbst einmal ein Bild von der Arbeit der Education-Abteilung machen möchte, ob als Zuschauer oder bei einem der tollen Mitmachprojekte, der findet alle nötigen Informationen dazu auf der Internetseite und auch im Spielplan. Die Tickets zu den jeweiligen Veranstaltungen erhalten Sie ebenfalls über die Homepage oder direkt an der Kasse im Opernhaus. Amen.